Ich bin einfach super schockiert, warte mal, sie sagt jetzt, sie gibt jetzt auch zu, dass die getrennt waren und dass die letzte Woche auch schon getrennt waren und dieses Kind sitzt auf ihrem Schoß und kriegt diese ganze Bullshit-Energy mit und wird aber schon geschädigt für ihr ganzes Leben. Please hold for a very important message. Ich habe rein pro forma mal in meinen Instagram-Account geguckt und habe lauter Nachrichten gesehen und ich dachte so, okay, es ist irgendwas los. What happened? Und dann habe ich dutzende Male die Story von Jelis Koch zugeschickt bekommen. Die hat sich gestern gedacht, nachdem da was Schlimmes passiert ist, statt mit meiner Freundin zu reden, rede ich einfach mit meiner Insta-Story und hat einfach mal so ungefiltert rausgehauen, was das Zeug hält. Und ihr habt darum gebeten, dass ich das kommentiere und das mache ich jetzt. Ich mache jetzt dieses Video und dann wollte ich noch ein bisschen das Tanzbein schwingen auf die Sonntagnacht. Deswegen habe ich hier auch ein Gin Tonic. Das ist der erste übrigens und ich hoffe, dass ich am Ende des Videos nicht betrunken bin, weil ich habe auch ein leichtes Hungergefühl und das wäre nicht so gut. Also, ihr kennt Make Love Fake Love, das habe ich kommentiert. Hier ist die Playlist dazu, die könnt ihr euch gerne anschauen. Ich bin Sanjl, dein Lieblings-Roaster mit Herz und ich heiße dich hier heute willkommen zu einem neuen Video. Es ist wie gesagt eine Nachtschicht. Ich muss das jetzt hier machen, weil es ist einfach wichtig. Und ja, was ist passiert? Schaut einfach mal selbst, würde ich sagen. Kurz vorweg, falls du neu bist auf meinem Kanal und ein Schnuffelhase werden möchtest, dann tritt dieser wundervolle Community bei und wir gucken uns an, was hier bei ihr letztes abgeht. Ja, es wird dann wahrscheinlich nur für immer Snow und mich geben und mal gucken, wer dann halt noch so dazu kommt. Genau und das ist nämlich so der letzte Satz, den sie sagt, nachdem sie uns gezeigt hat, was Snow zu Ostern bekommt und wie sie sich Ostern immer vorgestellt hat, wenn sie dann selber mal ein Kind hat. Und dann droppt sie so diesen Satz am Ende und sagt sie, ja, es wird wahrscheinlich nur Snow und mich geben und wir so, hä, warte mal, warum, du bist doch mit Yannick zusammen. Also, was meinst du denn? Und dann kommt halt so dieses, diese Aussage hier oder diese Nachricht an Jelis Kotsch. Hallo ihr Lieben, ich stelle mich zuerst vor. Mein Name ist Melina, führe ein bescheidenes Leben und verdiene mal Geld damit, Menschen zu retten. Und wahrscheinlich wird sie jetzt Jelis erstmal retten. Ich bin nicht auf der Suche nach Fame oder jemandem Schlechtes anzutun, Jelis zu schaden oder ihr Glück nicht zu gönnen. Jedoch habe ich Ungerechtigkeit schon immer aufgedeckt. Ich war gestern mit meiner besten Freundin im 080. Ich weiß, ersichtlich bei Insta, dass Yannick auch da war und ersichtlich, dass er im Waldorf ist. Jedoch sind das beides die Orte, an denen Yannick jedes Fremd ging. Mit meiner Freundin traf er sich im Waldorf, verabredet dafür im 080. Er hat ihr ins Ohr geflüstert in einer Stunde vor dem Waldorf. Danach hatten sie Sex bis im frühen Morgen. Geschichten über Snow, wegen seinem Hintergrund auf dem Handy, sei von seiner guten Freundin, auf die er aufpasst. Ebenso dachte er, wir erkennen ihn nicht. Nun gut, heute wollte er sich erneut treffen, weil er bald wieder aus Berlin gehe. Er hat den Gürtel meiner Freundin beim Sex kaputt gemacht, weswegen er ihn ersetzen wollte. Seine Nummer haben wir. Das postet sie also und sagt, mehr sage ich dazu nicht. Also der junge Mann hatte dort wohl Spaß und ist da jedes rumgegangen. Und sie, ja, erfährt das jetzt und erzählt uns einfach direkt alles. Nächste Nachricht, die da reingekommen ist, haben Yannick im August auf Ibiza getroffen. Er war bei uns im selben Hotel. Da waren die zwei Jungs auch recht flirty unterwegs. Haben einer Gruppe Spanierinnen auch auf Englisch von Make Love Fake Love erzählt. Haben wir natürlich alles verstanden, wussten daher schon lange, wer gewinnt. Nach dem Finale war er zwei bis drei Tage auf Ibiza. Also war er von Anfang an schon so und alles nur Fake. Na gut. Wollen wir mal jetzt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich würde sagen, da hat er zwar hart gespoilert und er müsste eigentlich eine Vertragsstrafe bekommen. Aber das war ja zwei, drei Tage nach dem Finale und er war ja einfach nur flirty. Verstehst du? So, du warst ja auch vier Tage vorher noch oder drei Tage vorher noch flirty mit Max. You know what I mean? Du hast ihn ja auch als Trostpreis gewählt. So, sein Ego war wahrscheinlich eh schon gekränkt, aber er dachte sich so, er macht das jetzt einfach mal wegen Fame. Ja, also da kann man ihm, finde ich, jetzt nicht ans Bein pissen. Es geht weiter. Okay, also er wollte sich einen Threesome gönnen. Und ja, was sagt denn Yannick dazu? Also ich meine, veröffentlicht sie jetzt einfach so Nachrichten, die irgendwelche Menschen ihr schicken oder what? Ja, es geht tatsächlich weiter. Und zwar an Karneval hat er nach der Nummer von meiner Freundin gefragt. Da habe ich erst gedacht, dass du dich vielleicht für Max entschieden hast. Nummer hat er aber nicht bekommen. Das sind natürlich alles so Girls gewesen, die waren hard to get und die fanden ihn natürlich potthässlich. Und jetzt dachten die sich so, ey, ganz ehrlich, wir schicken jetzt aber mal eine Nachricht, jetzt wo sie hier so eine Story veröffentlicht hat. Jetzt muss ich mich doch mal kurz dazu melden. Also ganz kurz. Guck mal, ich habe hier Schnipsel, die in Summe 16 Minuten gehen. Also sie hat sich so ganz kurz und knapp dazu geäußert. Ganz kurzes Statement. Also die Nachrichten, die jetzt gerade so neu reinkommen, ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, ne? Also sie weiß nicht, ob das alles stimmt. Sie hat jetzt auch noch gar nicht mit ihm darüber geredet, aber sie nimmt jetzt schon direkt eine Story auf, oder was? Aber das sind halt alles echte Accounts, also keine Fake-Accounts, das sind richtige Frauen. Und ich weiß einfach, ich bin schockiert. Also das sind echte Frauen aus Fleisch und Blut, ne? Wirklich lebendige Frauen. Aber jetzt mal Butter bei den Fischen oder egal, ob die lebendig sind oder nicht, ne? Du hast es jetzt erfahren, oder wie? Und du hast noch nicht mit ihm geredet oder so? Und du bist jetzt einfach so, auf denen hast du dein Handy in die Hand genommen, du bist so schockiert und so. Und das Erste, was dir jetzt einfällt, ist auch so eine Story aufzunehmen für 600.000 Leute. Ist jetzt wirklich so passiert, ne? Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll. Wie wäre es denn, wenn du dir das erstmal so, wenn du so einatmen würdest, ausatmen würdest, eine Person des Vertrauens anrufen würdest, mit der reden würdest und so weiter, statt das jetzt einmal so öffentlich alles so kundzutun? Ich habe ihm das auch geschickt und mein Schwager hatte vorher mit ihm telefoniert, bevor die mir das überhaupt alles gesagt haben. Und nicht mal da hat er sich bei mir gemeldet und irgendwie gesagt, ey, wenn du jetzt so eine Nachricht liest, das stimmt nicht. Okay, also sie hat versucht, ihn irgendwie auch zu erreichen, hat sie nicht und so weiter. Ihr Schwager kümmert sich mit um ihre Beziehungsprobleme und hat dann jetzt beim Janik angerufen und keine Ahnung. Und sie ist jetzt einfach so da und sagt so, ja, Leute, ich date euch jetzt einmal so richtig ab, so wie diese Live-Standort-Übertragung. Ich sage euch einfach alles. Als ich noch nicht wusste, dass die telefoniert hatten, habe ich ihm auch diesen Screenshot geschickt und habe auch geschrieben, er soll sofort die Fotos von Snow löschen und auch seinen Hintergrund sofort ändern. Und er hat mich, also ignoriert mich komplett. Ja, weil Leute haben Snow auf dem Hintergrund, auf seinem Hintergrundbild gesehen. Ja, das geht natürlich gar nicht, weil sie möchte das Kind geheim halten. Das ist zwar immer und überall Thema und so, aber sie möchte das Kind gerne geheim halten. Okay, und er antwortet einfach nicht. Ich muss mich gerade noch zusammenreißen und weiß auch nicht, wie es mir die nächsten Tage damit gehen wird, weil es einfach so ein Schlag ins Gesicht ist, weil ich diesen Menschen so in mein Leben gelassen habe und an meine Tochter gelassen habe. Und er ja immer so groß geredet hat, ich bin hier der Super-Daddy. Ja, das ist bei ihm natürlich auch schnell gekommen. So von 0 auf 100 war er ja voll verliebt in sie und Familie, alles mache ich so. Also er war ja super für alles zu haben, obwohl er ja auch nur ein Trostpreis war, weil sie ja offensichtlich den Max viel lieber gehabt hätte. Aber jetzt mal ganz kurz, ich kann immer noch nicht verstehen, sie ist ja eine erwachsene Frau, die Verantwortung trägt über ein Lebewesen. Sie ist ja Mutter und sie ist jetzt hier wie so eine Teenagerin tatsächlich, darauf so eingestimmt, dass jetzt einfach so, bevor sie auch erstmal runtergekommen ist und das alles irgendwie sacken lassen hat und wie gesagt, mit ihm vielleicht nochmal geredet hat, nachdem er aufgehört hat, sie zu ghosten, hat sie sich jetzt wirklich gedacht, sie macht das jetzt einfach so in die Story. Ich komme auf diesen Fact immer noch nicht klar. Weiß, sie liegt hier krank zu Hause, geht dann lieber feiern und macht solche Sachen und riskiert auch noch das andere, das Gesicht von meiner Tochter sehen. Okay, also die sind jetzt zusammen und sie will uns jetzt auch sagen, er geht ihr fremd, obwohl ihre Tochter krank ist, kann er doch jetzt nicht einfach feiern gehen. Und sie liebt ihn echt, ich finde das wirklich so erschreckend, ich bin so schockiert. Also mir tut dieses Kind jetzt einfach schon leid. Das Kind wird einfach gucken können und nachgucken können, dass der leibliche Vater sich nicht darum gekümmert hat, dass der Gewinner dieser Show jetzt auch hier so eine Scheiße abzieht. Und dieses Kind ist einfach, ohne dass man das Gesicht gesehen hat, so krass Thema, wenn dieses Kind irgendwann mal irgendwo auftaucht mit dem Namen Snow, wird jeder wissen, was passiert ist. Also Snow ist ja auch kein seltener Name und es ist so einfach, ja, wieso, wieso, ja, sie bringt das Kind aber ja auch immer, sie macht das ja auch immer zum Thema, ne? Jetzt hat er ja sein super Statement gepostet. Okay, dann gucken wir uns jetzt sein Statement mal an. Die Kleine ist jetzt auch auf ihrem Schoß und bekommt die ganze Grütze natürlich auch mit, ja. Gut. Und ich muss gerade daran denken, dass jedes am Anfang der Beziehung zu mir gesagt hat, Jimmy habe ich die Aufmerksamkeit gegeben, Paco nicht, aber dir werde ich die Aufmerksamkeit wieder geben, wenn das mit uns vorbei sein sollte. Und genau das passiert gerade. Es werden hier Gerüchte veröffentlicht, ohne vorher mit mir darüber zu reden. Sie weiß nicht mal, ob das stimmt und will mir direkt ohne zu zögern schaden. Jedes hat die Beziehung gestern um 18.03 Uhr beendet. Alle Fotos gelöscht und ist mir entfolgt. Ich war da gerade mal fünf Minuten in Berlin. Ich werde heute nicht viel zu dem Thema sagen, weil mir das mittlerweile alles zu dumm ist. Ich habe ja, ich muss es jetzt nochmal betonen, ich habe hier gerade das Gefühl, wir haben es mit entweder wirklich Minderjährigen zu tun oder mit so stark eingeschränkten Menschen, weil er sagt jetzt auch noch, dass sie um 18.03 Uhr gestern mit dem Schluss gemacht hat. Dann hat sie alle Fotos gelöscht und ist ihm entfolgt. So, sie hat uns jetzt aber nicht erzählt, dass die auseinander waren. Und selbst wenn die auseinander waren, wie so blockt sie ihn und, also Entschuldigung, sind das hier erwachsene Menschen, um die es hier geht? Also okay, wenn sie jetzt getrennt waren, dann ist es doch eigentlich ganz legitim, was er tut, oder? Und ja, ich war gestern so angepisst, oder vorgestern, weiß ich gerade nicht mehr, weil er abgemacht war, dass er dann einen Tag in Berlin ist und dann da feiern geht und alles. Und dann plötzlich ist er da und sagt, er verlängert das und das hat mich einfach so angekürzt. Morgen ist Ostern, meine Tochter ist hier krank und ich war einfach so sauer. Okay, also du warst sauer, weil er feiern gegangen ist und dann habt ihr gesagt, ihr klärt das, wenn er wieder da ist, oder was? Oder hat sie jetzt dann deswegen Schluss gemacht und ihn geblockt? Und übrigens hat er sich letzte Woche auch von mir getrennt. Also wenn man sich einmal anfängt in einer Beziehung zu trennen, dann wird das, glaube ich, häufiger der Fall sein. Ich bin einfach super schockiert, warte mal. Sie sagt jetzt, sie gibt jetzt auch zu, dass die getrennt waren und dass die letzte Woche auch schon getrennt waren. Und dieses Kind sitzt auf ihrem Schoß und kriegt diese ganze Bullshit-Energy mit und wird einfach schon geschädigt für ihr ganzes Leben. Ich weiß gar nicht mehr, warum er sich da letzte Woche von mir getrennt hat, aber stellt euch mal vor, ich hätte dann sofort sowas gemacht. Also hätte ich das so gemacht, hätte er das so gemacht. Und weißt du, wir haben uns getrennt, ja, also wir trennen uns wöchentlich, aber dann macht man sowas nicht. Also das ist ja nur so eine Spaß-Trennung und so weiter. Ist das ihr verdammter Ernst? Mädchen, ist wirklich dein Ernst gerade? Das macht man nicht. Also sorry, wenn man da seit vier Stunden getrennt ist, weil man gerade mal einen Streit hat, dann vögelt man nicht direkt rum. Okay, warte mal. Das Kind bekommt das ja trotzdem alles mit, ne? Mit Vögelt rum und keine Ahnung und wie auch immer. Aber warte mal, ähm, getrennt, also es war nur so eine Spaß-Trennung oder was? Es war so, weil du einfach noch nicht so weit bist, um eine erwachsene Beziehung zu führen. Hast du dich so auf den getrennt, geblockt und so weiter, aber das war nicht so eine richtige Trennung, weil, was wäre dann passiert? Also was hätte es, wie hätte er jetzt merken können, den Unterschied zwischen so Spaß-Trennung, weil wir einfach Kinder sind und richtiger Trennung. Ich verstehe es jetzt nicht. Und ich finde auch, damit bestätigt er quasi, dass er es getan hat, weil er sagt ja, wir waren getrennt, ne? Seit ein paar Stunden. Okay, also sie weiß immer noch nicht, ob es stimmt oder nicht. Sie mutmaßt jetzt einfach mit so 600.000 Menschen zusammen und eventuell schädigt sie voll in seinem Ruf und macht ihn total kaputt und so. Alles klar. Meine Schwester hat ja die Nachrichten bekommen und mein Schwager hat dann erst mit ihm telefoniert. Ich wusste ja noch nichts davon. Und da hat er das auch gesagt. Ja, wir waren ja seit 18 Uhr getrennt. Okay, danke, dass du uns wirklich alles erzählst. Also einfach so alles, ne? Und sie hat immer noch nicht mit ihm geredet. Als ich die Nachricht bekommen habe, habe ich sie ihm geschickt. Er hat es gelesen, er hat mich ignoriert. Ich habe ihm eben schon wieder geschrieben und meinte, ey, ist dein Ignorieren gerade die Antwort darauf, dass das alles stimmt? Oder habe ich mich wirklich so getäuscht? Und was war das mit Snow? Das hat er wieder gelesen und er hat es wieder ignoriert. Also ist das für mich ein Zeichen, dass diese Nachrichten, die ich bekommen habe, auch stimmen. Genau. Und solange er mir nicht erzählt, ob das wirklich stimmt oder nicht, werde ich hier munter weiter meine Storys aufnehmen, weil ich nehme das auch so ein bisschen als Druckmittel, soll er sich mal schön in seine Armani-Unterhose kacken und hier endlich mal antworten, ne? Also Leute, ich falle vom Glauben. Ich muss sagen, ich falle einfach richtig vom Glauben, weil ich mir so denke, also ich an ihrer Stelle würde mir bei so einem Kindergarten auch wirklich Sorgen machen, weil ich würde so eine, wie soll ich das denn nennen, so eine Kindergartenbeziehung, ich würde gar nicht wollen, dass die Öffentlichkeit, dass irgendjemand davon weiß, wie grottig es bei mir zu Hause aussieht. Und dazu kommt auch noch, dass er immer so von Liebe gesprochen hat und wie sehr er uns liebt und auch Snow und er würde uns sowas niemals antun. Leute, wer kennt das nicht, dass man sich in einer Beziehung streitet und dann ist man vielleicht für zwei, drei Tage mal irgendwie sauer aufeinander und ist getrennt und dann ist wieder alles schön. Achso, sie denkt, es sei so gang und gäbe, ne? Sie so, hä, wer kennt das nicht? Also ich meine, das ist doch bei jedem so irgendwie, ne? Dass man sich dann trennt und so und einfach sich blockt und so und dann geht es einfach weiter. Und ich habe mal zu ihm gesagt, ich glaube, du bist so einer, wenn wir uns jetzt trennen, du hast direkt die Nächste und er hat immer gesagt, ich bräuchte drei Monate meiner Zeit erstmal für mich und das würde mir mein Herz brechen. Also sie hat den Braten schon so gerochen. Sie wusste quasi, worauf sie sich so einlässt und trotzdem ist sie einfach geblieben und hat riskiert, dass ihr Kind verletzt wird. Also so ihre Intuition hat sie einfach mal so die Klospülung runtergespült und hat einfach drauf geschissen. Und natürlich, wenn jeder immer sagt, Jeles ist die Böse, natürlich zeige ich dann diese Nachrichten öffentlich damit, weil es sind ja immer die Frauen die Bösen und ich akzeptiere das auch. Meinetwegen bin ich jetzt auch wieder die Böse. Aber Maus, wem musst du dich denn gerade rechtfertigen? So, wofür lebst du? Lebst du für deine Follower oder lebst du für dich und irgendwie für das, was du glaubst und so? Also ich meine, ich muss sagen, ich hielt schon bei der Ausstrahlung nicht so viel von ihren Menschenkenntnissen und von ihr so als Person. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich nochmal richtig schockiert. Aber ich lasse das nicht auf mir sitzen und behalte so eine Nachricht für mich. Also sorry, sowas, ich muss das einfach teilen. Das liegt in meinem Blut und so bin ich halt einfach. Was genau liegt jetzt in ihrem Blut? Dass sie ihre Interna so öffentlich dann direkt bekannt macht und mit allen teilt? Oder was ist in ihrem Blut? Und wenn ich Streit mit meinem Ex-Freund habe, der Vater meiner Tochter ist, natürlich kläre ich da auch alles auf, weil er ja wieder der Tolle war. Und da wollte ich auch einfach nur zeigen, hey, der Vater hat kein Interesse an seiner Tochter. Ja, gut. Da würde ich aber sagen, ist es nochmal was anderes, weil da hatte man ja irgendwie dem auch die Möglichkeit gegeben, darauf zu reagieren. Und dann Jimmy, wie der auch heißt, Blue Ochsenknecht ist ja auch bekannt und die schießen ja wohl auch gegen sie in deren Reality-Format. Und da kann ich es dann eher verstehen. Aber hier geht es ja wirklich darum, dass das Brand aktuell ist, so ganz, ganz frisch. Und da dann jetzt einfach so als Live-Reporterin quasi das alles so breit zu treten, obwohl der Junge noch nicht mal irgendwie antworten konnte, finde ich halt super strange. An was mich seine Story jetzt gerade erinnert? Eins zu eins an Jimmy. Der hat das genauso gemacht. Der hat mich einfach ignoriert, anstatt mit mir zu sprechen. Hat einfach da so ein Statement abgegeben, was auf Lügen basiert. Ne, habe ich euch doch gesagt. Ich habe immer die Arschlöcher. So, also meine Glaubenssätze sind ja auch wieder genau richtig. Ich sage euch das. Es ist genau das Gleiche wie bei Jimmy. Ne, so. Und was will sie uns jetzt damit sagen? Dass sie einfach aus ihren Fehlern nicht lernt und immer die gleiche Grütze anzieht? Also, oder will sie gerade auch das Opfer sein? Siehst du, es ist genau die gleiche Grütze schon wieder. Ich habe einfach nichts daraus gelernt und habe wieder genau meine Intuition ignoriert und habe genau die gleiche Scheiße wieder. Ja, super. Also, hä? Warum, warum, also was gibt es ihr, wenn sie das jetzt so in die Kamera sagt? Komm, ich wurde schon wieder verarscht. Ich habe schon wieder genau die gleiche Kacke angezogen. Ja, shame on you. Also, das würde ich höchstens mit meiner besten Freundin bereden, aber jetzt nicht so, ich verstehe die Intention dahinter einfach gar nicht. Scheiß auf mich. Ist egal, was mit mir passiert, was mit meinen Gefühlen passiert. Aber da war ein Kind mit im Spiel, die er angeblich so sehr geliebt hat. Ja, Puzzle gucken, weißt du jetzt auch. Mach es doch nicht noch schlimmer für das Kind. Oh, so, ich weiß nicht. Irgendwie fühlt sich das so an. So, ich weiß nicht. Immer wenn sie Snow dann erwähnt, dann tut es mir noch mehr leid, weil sie dann auch noch mal so richtig unterstreicht, dass Snow das nicht wert war, dass er sich richtig benimmt und so weiter. Ja, wir wissen es. Ich bin so schockiert. Ich kann nicht mal heulen, weil ich so wütend bin. Ja, vielleicht, weil du dich gerade damit beschäftigst, hier Storys aufzunehmen für irgendwelche wildfremden Menschen. Weißt du, was ich meine? Wenn sie jetzt FaceTime machen würde mit ihrer besten Freundin, würde ich es ja noch verstehen, aber sie sind einfach random für fremde Menschen irgendwelche Storys auf über ihr Leben gerade. Ich bin einfach komplett aufgewühlt und es kann auch sein, dass ich diese Storys danach wieder bereue, weil ich mir denke, wieso habe ich dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit gegeben. Nee, weil es einfach so unangenehm ist und auch so peinlich ist. Weißt du, was ich meine? Also es wäre schon wünschenswert, wenn du das bereuen würdest und vielleicht beim nächsten Mal ein paar Tage wartest, und man guckst, ob er sich danach vielleicht meldet, du ihn dann damit konfrontieren kannst und ihr darüber reden könnt und dann kannst du ein Statement aufnehmen. Aber so währenddessen ist er total Banane. Mir fällt sonst die Decke auf den Kopf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss für mein Kind gut drauf sein und kann mir nichts anmerken lassen. Ja, ich glaube, die Kleine merkt gar nichts. Genau. Aber wie wäre es so, Freunde zu finden und dann mit Freunden zu reden? So eine beste Freundin oder so, mit der man dann so quatschen kann oder die man spontan einladen kann und so, dass sie bei einem übernachtet, wo man sich dann einfach mal die ganze Seele aus dem Leib redet? Nicht so, ne? Und jetzt kommt mir nicht wieder mit Nachrichten, die Kleine sitzt auf meinem Schoß und bekommt alles mit. Die guckt hier gerade Biene Maja. Ja, sie guckt Fernsehen. Okay, also dass sie Fernsehen guckt, ist das kleinste Übel. Aber natürlich bekommt sie alles mit. Auch wenn sie nicht reden kann, ich weiß nicht, ob sie reden kann, wenn sie reden kann, auch schlimmer. Aber natürlich bekommt sie alles mit. Also ich meine, du denkst, Kinder spüren das nicht, oder was? Jetzt könnte ich gerade heulen, aber ich versuche mich zusammenzureißen. Mach das doch einfach mal. Also ich meine, dann heul doch einfach mal. So, pack das Handy beiseite. Kann dieses Akku nicht endlich mal leer gehen? So langsam fange ich an, das zu realisieren. Eben war mir das Ganze nicht so bewusst und ich dachte, er meldet sich, der reagiert auch auf meine Nachrichten. Aber ich hatte dann zwischenzeitlich doch schon mal 20 Minuten Content aufgenommen. Aber ich dachte, er meldet sich bestimmt gleich und dann kann man das klären. Und dann hat sich das auch, ne? Und sagt dann, das stimmt nicht. Aber dadurch, dass das ja nicht kommt. Dadurch, dass das halt nicht kommt, mache ich munter weiter. Ist mir auch scheißegal, ne? Also ich erzähle euch gleich nochmal ein paar andere Geheimnisse, weil er meldet sich ja nicht, ne? Weißen wir ja alle, dass das stimmt, ne? Das ist schon hart, ey. Wissen wir alle, ne? Ihr unbekannten Gesichter da draußen, ihr ganzen Follower, ne? Ihr wisst genau, dass das stimmt, ne? Ihr wisst ganz genau, was abgeht hier, ne? Gern geschehen, Janik. Habe ich gern gemacht. Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich wieder nicht so viel gepostet und die Beziehung so breit getreten und Fotos gepostet und Storys und alles drum und dran. Genau aus so einem Grund. Weil ich es einfach schon gespürt habe. Und warum ich nicht auf die Alarmsignale gehört habe, ja, ist einfach so, ne? Ich dachte so, no risk, no fun oder so, ne? Keine Ahnung. Steht da nichts auf dem Spiel. Ich habe ihn ja sogar darum gebeten, kein Foto mit Snow zu posten, weil mir das einfach noch zu früh war. Und was macht er? Er postet ein Foto mit Snow. Und dann meinte ich auch, ich so, ja, was soll das denn? Ich habe doch gesagt, ich möchte das nicht. Und dann sagt er, ja, ich dachte, du meinst nur den Feed und nicht in der Story. Und auch das Video, was er da über Jimmy gemacht hat bei TikTok, da habe ich ihm ja auch direkt danach geschrieben, warum tust du das? Und schick es mir doch vorher, frag mich doch vorher, ob das okay ist. Und langsam glaube ich halt wirklich, dass das alles, also ich hatte von Anfang an dieses Bauchgefühl, dass das alles nur so für die Reichweite ist. Ich sage euch, es steht immer schlimmer und schlimmer um sie. Sie sagt, bitte poste nichts mit Snow, er macht es. Dann sagt er so etwas Dummes wie, ja, ich dachte nur im Feed nicht, aber in Story ja. Da hätte ich auch schon gesagt, verpiss dich mal. So, du respektierst nicht meine Grenzen. Und dann lästert er auch noch über deinen Ex. Ja, okay, das habe ich auch schon im Podcast gehört, den wollte ich ja auch noch kommentieren. Ich glaube, jetzt macht es Sinn, den zu kommentieren, so retrospektiv. Ähm, dann lästert er über deinen Ex, äh, respektiert nicht, dass die Kleine nicht in die Story soll und du machst einfach weiter, ne? Ja, das macht richtig Sinn. Auch mit dem blauen Haken, sagt meine Freundin letztens zu mir, ey, Yannick hat den blauen Haken. Dann schreibe ich ihm, ey, Glückwunsch, äh, wie hast denn das hingekriegt? Hat er beantragt, weißt du? Das sind so, wo ich mir denke, der wollte einfach nur diese Reichweite wieder abgreifen. Wo sie dann auch so sagt, ne, weißt du, ne, so du, ne, meine Freundin, als wenn sie so mit einer Freundin reden würde. Sie so, weißt du Bescheid, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, wie hast du denn das hinbekommen, ne, den blauen Haken? Ja, also, jedes, also guck mal, wenn er zu Make Love Fake Love geht, ne, um da die Liebe zu suchen, glaubst du, dass du gerade so auf Reichweite aus warst, du gedacht, der ist da, um die Liebe zu finden oder was? Und dann war er ja auch noch in einem anderen Format vorher und so und, äh? Und jetzt, dadurch, dass er sich halt nicht meldet, bestätigt das alles. Ne, also ich bin mir zu 74,44% sicher. Eventuell meldet er sich gleich, dann können wir es alle vergessen, einfach die ganze Angelegenheit, okay? Ich muss nochmal kurz erwähnen, ich hätte ja mit ihm gesprochen, er hätte mir ja sagen können, hey, das stimmt oder das stimmt nicht, aber er ignoriert mich ja komplett. Auch jetzt gerade habe ich wieder geschrieben, du sagst, wir hätten darüber reden können, aber er ignoriert mich ja. Und was soll ich dann machen? Also, wenn er mich ignoriert, muss ich halt eine Story aufnehmen, ne? Also, da gibt's ja gar kein, nichts dazwischen, ne? Das ist ja einfach so. Hat er ja, ist ja logisch, oder? Würdet ihr ja genauso machen, oder? Ja. Also, ich schreibe ja gerade einfach nur im Chat, ohne eine Antwort zu bekommen. Ja. Ich würde mich an ihrer Stelle so schämen, Alter. Also, ich meine, wenn sie jetzt 17 wäre oder so, ne? Und jetzt gerade irgendwie so das erste Mal Öffentlichkeit gerochen hätte, hätte ich ja gesagt, okay, aber Digi, Mädel, du bist erwachsen. Du hast, also, weißt du, oder ist das Reality-Life? Also, pff, ich bin gerade richtig schockiert. Also, immer noch. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht glauben. Wie wirkt das denn auf euch? Weil das ist für mich einfach, das ist für mich nicht endgültig, wenn man sich da gestritten hat und dann, also, ich glaube, die meisten kennen das. Also, ja, das ist doch gang und gäbe, ne? Wie gesagt schon, also, jeder von euch kennt das doch, ne? Dass man sich dann trennt und blockt und so weiter, obwohl auch ein Kind im Spiel ist und so weiter und ist doch ganz normal, oder? Klar, es gibt Beziehungen, wenn die einmal sagen, es ist vorbei, dann ist es auch vorbei. Ja, genau. Und deswegen gibt es ganz viele Beziehungen, die sagen auch nicht einfach so leicht, fertig, es sei vorbei, sondern die haben eine ganz, ja, gesunde Streitkultur und können Sachen klären und so und müssen sich nicht wie kleine Kinder verhalten. Dadurch, dass es letzte Woche schon mal da war, ich weiß gar nicht mehr, warum, das kennen doch so viele, dass man sich mal da kurz, da kurz einfach mal trennt und blockiert und so, wie sie sich das auch so schön redet, ne? Sie so, das kennen doch, also, ganz ehrlich, ich drücke mir jetzt noch einen Pickel aus, das kennen doch bestimmt ganz viele, oder? Ist das nicht ganz normal eigentlich? Trennt und dann wieder zusammen ist. Ja, sie merkt aber schon selber und muss halt selber gerade schon ein bisschen schmunzeln, das beruhigt mich. Voll kindisch, ich weiß, aber es ist halt in vielen Beziehungen manchmal einfach so. Ja, das ist in vielen Beziehungen manchmal einfach so. Kindisch ist es allemal und da würde ich dann auch erstmal keine Beziehung eingehen, sondern da mal so ein bisschen an diesen Problemen arbeiten, ne? Weil, also, nee, da würde ich ihr auch empfehlen, vielleicht erstmal Single zu sein. Weil wenn sie das dann immer so angeht, also, und dann will sie uns auch erzählen, das Kind guckt dann wie eine Maya und merkt das alles nicht, ne? Dass da bei denen zu Hause voll die Fetzen fliegen und so. Naja. Was ich ja auch richtig lächerlich gerade finde. Also, dass sie die Storys aufnimmt, hat sich das jetzt eingesehen oder was? Ich möchte nochmal kurz erwähnen, wenn er mir sagen würde, dass das nicht stimmt und ans Telefon gehen würde oder mir vernünftig reden würde und, ja, mir einfach sagt, dass das nicht stimmt, denn würde ich euch sofort sagen, Leute, das waren alles Fake-Nachrichten, aber das tut er nicht. Ich habe gesagt, bitte, sag mir einfach die Wahrheit, ob das stimmt oder nicht, aber er ignoriert das einfach komplett. Er liest es und ignoriert es. Siehst du richtig, ja, also, ich habe ihn an den Eiern, ne? Also, wenn er jetzt gleich sagen würde, ey, Schatz, keine Ahnung, ich war im Kino, ich konnte nicht antworten, das stimmt alles nicht, ey, alles gut bei uns, ne? Das sind alles Fake-Nachrichten, dann würde sie alles zurücknehmen. Dann würde sie auch sagen, ey, sorry, alles, was ich gerade über ihn gesagt habe, aber auch mit dem blauen Haken und so, dass er voll der Fame-geile Pisser ist und so, würde ich einfach zurücknehmen. Das wäre dann einfach so nichtig, ne? Ja, alles klar. Also, Leute, ich habe jetzt die Hälfte von meinen Sequenzen besprochen und ich werde hier einen Cut machen, weil ich habe euch in meiner Insta-Story versprochen, das wird so eine Mitternachtsfolge, das wird jetzt schon knapp. Ich werde den Rest direkt morgen in einem zweiten Teil kommentieren, wenn ich aufstehe, okay? Aber so sind wir jetzt schon mal so ein bisschen im Thema, für alle, die es noch nicht wissen, und die wissen wollten, was ich dazu denke. Also, ja, ich glaube schon, dass das alles stimmt, aber ich bin einfach, wie ich schon tausendmal gesagt habe in diesem Video, einfach super schockiert. Schocking. Schocking über den Grad an Reife, den diese Frau mitbringt überhaupt. Er sowieso, aber sie, oh mein Gott. Ja, lasst mal in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Gute Nacht.